Yes! Wir sind immer hungrig. Ah! Meinst du? Genau. Bist du eines Oberschweig? Nein. Ja, alles. Nein. Alles hoher Sau, oder? Aber du bist intellektuell, oder? Du schreibst. Haben Sie eigentlich schon irgendetwas? Nein, nein. Sind Sie ein Strahl? Wir sind recht weit. Ja, ja. Wir haben hier Zettel. Wir haben hier einen Zettel. Hallo. Das sieht aber noch recht leeren aus. Das sind auch die von letztem Jahr, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das wissen Sie eh nicht mehr, oder? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ich denke, es ist nicht der Älteste zu schießen. Ja, das stimmt. Es hat recht bescheiden angefangen vor ganz langer Zeit. Die Schuld ist eine Art Alice. Es war immer noch ein Treibfeder im Jahr. Bist du noch Lehrerin? Kindergärtnerin besser. Ja, ich dachte. Okay. Passt noch weiter mit Alice. Ja, und dann ... Ja, du hast gesagt, wir sollten die Vorfasnacht etwas beleben. Ja. Dann wollten wir die Vorfasnacht etwas ankurbeln. Ich war zwar dagegen. Ja. Warum? Wäre es selber ein Objekt gewesen? Ja. Nein, es war einfach so. Ja. Zuerst sind wir ein bisschen putzen miteinander. Dann sind wir ein bisschen singen. Ja. Und irgendwann ... Fischerkörchen. Irgendwann sollen wir auf die Idee kommen, wir könnten wohl eine Schnitzelbank probieren. Das mit dem Singen ist gut angekommen. Keine Heimat ist das Meer. So etwas, gell? Hoi, Friedrich Wien. Ja. Ja. Und das mit dem Mädchen von Pireus. Ja. Schön gewesen. Ja, ja. Ja. Und inzwischen sind wir ja fast Kult, gell? Unglaublich beliebt. Man holt ja überall. Also die einen lieben uns. Ein Paar hassen uns. Du weisst ja, dass du dann unsere Gesichter noch verpitzeln musst. Verpitzeln? Man kennt uns ja eigentlich nicht. Ja, ich bin Patrick, oder? Ja, dann wissen wir es jetzt, ja. Dann wissen wir es jetzt, ja. Dann wissen wir es jetzt, ja. Das Pitzeln auch nicht mehr. Na komm, jetzt kommst du jetzt. Zum Wohl miteinander. Danke. Danke. Ich kann immer das Fenster servieren. Genau. Agronom bin ich. Ah, sicher? Ja. Agronom mit Leggings haben wir noch nie gesehen. Ja. Sie sind aussidig. Du musst dann sicher nicht schneiden. Ja, bravo. Und was ist denn da? Die sind ja, die sind ja schon kaputt. Hast du es verloren oder verunnen? Ich glaube, das ist es. Jetzt sind wir über den Kopf. Ja, genau. Ja, die Mädchen haben heute die roten Strümpfe an. Wir haben die schwarzen. Das können wir nicht füren. Also, wenn wir das so, oder? Wollen wir noch ein bisschen weiter? Okay. Seid ihr noch mal singen? Das Lied für den Kopf. Füren schnell. Aber kannst du die Liefliste wieder anmachen? Ja. Wir gehen dringen. Ich muss es höher ziehen. Mach es doch. Wo hast du das? Hier. Hier hast du einen auch. Hier. Hier hast du einen auch. Hier. Hier haben wir noch die Fenster offen. Mainly. Hier. Hier fest kick gegangen. Destail zuca mischen. Ich melde mich zu high. Ich leben mich. Hier gibt es unsere Indie. Die haben wir geboren. Wir collagen verschärworte mich auf die Flucht ein. manga sitz. Wir können jetzt einmal ein Vorspiel machen und neu singen. Den haben wir noch her. Ich muss noch etwas hören. Hast du den Strumpfot an? Aber das sind wir jetzt nicht. Das ist zu meiner Wahl. Ja, gut. Und danach möchte ich sagen. Dann können wir einmal schnurren gehen, bis die Leute etwas ruhig sind und neu singen. Das muss nicht sein. Aber es ist so schön. Zwischendurch muss die schnurren gehen. Du musst deine neuen Sachen zeigen, ob du sie nicht mehr hast. Wir können natürlich zwischen zwei Räden einfach einmal schnurren gehen. So ein kleines Gepflegsel. Eine Bluse ist wie etwas anderes. Nein, das ist das Hauptthema. Das ist doch auch gut. Jawohl. Dann müssen wir ein Bluse-Thema haben. Ja, es passt fast nicht. Einfach so. Es passt eben nicht zum Lügen. Das musst du auch knipsen. Nein, das ist schnell das Kostüm. Jetzt kannst du schnell das Kostüm haben. Gut, dann müssen wir es noch aufhören. Ja, ich möchte hier nicht meine Glücks-Underhose noch. So, so lebt man es. Du zeigst dir. Wir filmen ihn nicht. Du kannst das auf dem WC machen. Du kommentierst alles. Jetzt muss er schauen, dass er nicht verupft. Ich kann nicht so viel. Die haben einen Monat vom WC. Hat der Fusssägel geschnitten? Ja. Ja, ja. Oh, 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 oh. Das macht maneste zusammen. Bitte work. Richtig ökonomisch im WC. Das Gut, ich kann mal filmen. Noch nicht. Auch da fehlen noch Schuhe. Aha, Tempersfälle. Was fällt noch? Hosen. Zeigst du ihnen? Das andere Filme nicht. Das andere Bein, sehr gut. Und jetzt können wir alles so gut? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Jetzt hast du aber Baustab gefunden. Super. Zeig mal. Hoi, hoi, hoi. Ja, ja. Mit den roten Weissen. Du musst schnell alles halten. Du, Alice, was ist einfacher? Im Kindergarten oder hier? Ja, schon. Im Kindergarten. Und die widerspringen noch nicht? Ja, ja. Ja, schön. Sieht gut aus. Aber dann freue ich mich, wenn wir unterwegs sind. Fass noch muss leiden. Fass noch muss leiden. Jetzt filmen wir. Wow, schau mal das an. Schau mal das an. Jetzt kommt die Bruchstücke. Oh. Das ist jetzt das Geilste. So. Sieht gut aus. Jetzt darfst du filmen, jetzt kennt man mich nicht mehr. So. So, wir waren schon drauf. So. Oh, da müssen wir auch noch etwas enger stellen. Woher haben wir das denn alles? Was haben wir gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nein, du bastelst und gestohlen. Ich bin trossophilisch und kann von 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 von. Oh, oh, oh! Der hält nicht! Warte, wir müssen etwas enger machen. Ja, komm, dann kann er tanzen. Ich kann nicht tanzen. Also, da kann ich nicht tanzen, der hält noch nicht. Das ist der Routier. Den Helm, weisst du? Ja, ja. Kannst du ihn noch? Oh, das ist der Routier. Ich bringe es nicht so zu. Der Routier. Der Routier. So. Aber hält nicht gut. Nein, jetzt nicht gut. Ich tanze definitiv noch nicht so gut. Guck euch! Wo? Ja, ganz gerade ein Schritt. Kann man ihn hier halten? Oh, so, vielleicht. Du bist gut da. Du bist gut da. Jetzt weiss ich nicht weiter. Mühlen sind nicht da. Komm, mach ein Zung. Zum Zung. Nein, jetzt ist es los. Ich bin ja los. Ja, ja. Ich glaube noch nicht so. Nein, das können wir noch drüben oder drüben. Ich kann es nicht machen. Nein, du. Aber ich merke jetzt schon, das Stüm gibt Waren. Gibt es Waren? Ja, ja. Oh nein, mit diesen wahren Waren. Ich kann es nicht schiessen. Kann ich mich wieder verpuppen? Ja, du musst noch vorführen, wenn man trinkt. Mit diesem Röhrchen. Oh ja, oh ja. Mit dem Röhrchen. Hast du Zücher? Hast du Zücher? Und woher jetzt? Hä? Ja, du musst einen Stein haben und dann trinken. Ich mache es nicht, wie es ist. Ich würde mich schon unter dem Elm suchen. Was gefunden? Das ist ein Schlimmeres als mit Tauchen. Halt mal das Glas um das Elm. Oh, hey. Kommt da. Ja, du. Hast du tot? Mhm. Gut. Schön abgerufen. Aber es gibt nur Röhrchen. Abgerufen. Abgerufen. Rausenblasen. Geil. Drei. Ja, du. Bisschen. Puh. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Nein. Das ist nicht vorbei, du. Wir machen es uns so früh. Wir sind so früh. Bisschen. Du. Und bin so ziemlich low. Darf es uns vorstellen? Trosophila. So zucke. Die Winzer sagen uns liebevoll, scheiss Traubenmucki. Wir grüßen aus Farnost, den ganzen Tag sagen wir nur Prost. Und den Winzer lassen wir genau den Sauern im Ost. Focken der Weinbauer noch in der ehemaligen Zinn, haben wir den Rüssel schon längst dem Träubli drin. Mit unserem scharverfägen 10. Eiablageapparat sind wir für die süßen Schweizer Früchte so was von parat. Wir machen uns jetzt heimisch wie der Kollege Borkenkäfer, denn wie ihn juckt es auch uns alleweilen am Tafer. So schnell verpimmeln wir uns also nicht mehr. Bis der Weinbauer beim Wimmeln geht all da von schimmeln. Positive Aspekte hat er allerdings auch, unserer Essig-saure Wein. Du saufst nicht zu viel und der Kalker ist auch schon drin. Wir sind Rofia und Karkojata noch, als Koldi-Segur da von Känner ist auch da. Wir sind sie dumm, wir machen so und so und so. Wir sind sie dumm, wir sind sie dumm, wir sind sie dumm. Claudia Küneck und Bouillet seine Gold haben die Schnauze wirklich gestrichen voll. Sie finden, unser Klima dem geht schitter. Man muss demonstrieren, dann wird es wieder fitter. In Zürich kannst du das für ein Plakat sehen. Wir werden sauberen Wallen sehen. Er schöpft von demonstrieren. Flügt die Familie Bouillesi zur Erholung tauchen auf Sulawesi. Auch die Familie Küneck hat nach dieser Demo verdient, dass man sie in Afrika von hinten bis vorne bedient. Wir fliegen, Freunde, noch mit einem Plakat rumprallen. So, du hast dem Klima auch kein Gefallen. Damit, dass der nave und TRAPF. Wirächst im Handball sind und haben sie regelt. Sie sind es vergabend. Und sie ist sie dumm, sie dürfen, dass mehr Lumse vergabend. Beim Dunstig-Jass haben uns die Flumser jämmerlich versenkt. Darum hat sich der Gemeindepräsident Angelo ein Jass-Kompetenztraining ausgedenkt. Bei den Gemeindemtern wird ab sofort rotiert. Wer Jassen kann, der profitiert. Wenn du dir nur eine Karte von neun merken kannst, so wirst du verderben in den vielen alten Bauamt-Pendenzen-Bergen. Aber mit zwei Karten kannst du schon ein wenig arrogant sein. Denn schliesslich bist du auf dem Grundbuch am Grundbuch. Mit drei Karten weisst du immer, wer hat viel im Portemonnaie. Und gerade dieser kannst du an Steuerbeamten genüsslich ausnehmen. Mit vier Karten wirst du der wichtigste Sesselreiber. Bist du über alles informiert, aber nicht verantwortlich als Gemeindeschreiber. Mit fünf Karten oder mehr, dann hast du es wirklich kapiert. Aber sorry, jetzt bist du für Gemeind überqualifiziert. Kannst du dir gar nichts merken. Bist auch nicht dumm. Es reicht gleich noch für das Gemeindes Präsidium. Bist auch nicht dumm. Bist auch nicht dumm. Bist auch nicht dumm. Der Dom, oder Tom? Nein, nein, nicht sprühen, nicht wahr. Liesch mit brachnigem Scheichen underem Käserrock Kannst du damit rechnen, dann machst du deinen letzten Zug. Weil die SAC Rettungskolonne ist nach der Halbtübung im Restaurant Schiff und hat ihren Kaffee-Lutz-Konsum überhaupt nicht mehr im Griff. Munken beim Winterschlauf wurden imitiert und die Löffel Samte-Gleiser durch den Spunten geschmiert. Könntest du auch nicht einmal deinen SAC vorbestellen? Weil die Bestatter Juningers sitzen in den gleichen Knälen. Jungs, ihr macht einen guten Job und habt es verdient, die Kameradschaft ein bisschen zu zelebrieren. Und der Wandervögel schatzt auch nichts, am Tag einmal ein bisschen zu Sofa und das Nest zu amortisieren. Runds together auf der Halbübung im Restaurant Schiff und die Löffel Samte-Gleiser durch den Spunten. Am Heiligabend gibt es bei Stadtner Feuerwehr-Alarm. Nichts mit stiller Nacht. Und das Essen ist auch noch nicht im Darm. Der Notruf kommt vom Hotel Churfürsten, das man kennt. Hilfe! Die Küche von unserem zweitbesten Spunten brennt! Vor Ort ist die Situation etwas erschwert. Sie finden ihn nicht, der verflixte Brandherd. Als der Sturmtrupp der Battaglia vor dem Burg in die Opfhändchen erblickt, wäre der Kommandant trotz Atemschutzmaske fast versteckt. Der Reto hätte in den Unterhosen mit gekonntem Rühren seine Battaglia zur Fleischeslust verführen. Achtung! Flüssiges! Für wer meint? Reto! Für uns wird die Weihnacht schöner. Würdest du deine Battaglia verführen mit einem Döner? WI sobre Chur cuanto Nerl nicht mehr WI Entran soll die Laufen, dann folge ich, der chickens sind unpleasant. Wir nur Mayo undあれ zusammen sind, Fürs Marketing macht man in Wallenstadt ein Weinfest. Da trinkt der Winzer gern zusammen mit seinen Gästen. Es meint der Winzer Gazzanova, bevor es mich ganz umtische, kann ich mich nackig in Leuenbrunnen erfrischen. Die Kleider sind weg, doch bevor er geht im Brunnen unter, sind die Winzerinnen auch Wunder vor Ort bereit und voller Gewunder. Hemmigslos beurteilen sie fremdes Eheglück, diskutieren das biologisch dynamisch beste Stück. Das Fazit ist, der Anblick macht niemand wuschig. Da sollte man zuerst gezielt vorgehen gegen die Verwuschung. Das Fazit ist, der Anblick macht 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 die Verwuschung. Die Flumser in der Vlaumrock tun einen neuen Plan aushicken. Ich glaube, die hätten die Freude, wenn unser Wallenstädtli verrecken würde. Uns die Luft verpesten, das findet sie ja schon länger lässig. Nur der Erfolg ist ehermässig. Die Ideen würden immer krasser. Jetzt vergiftet sie uns schon unser Wasser. Jetzt kommt die Weisse an so einen Dreck. Aber Wallenstädt bringst du so nicht weg. Nur eine Trost habe ich noch. Kannst du kaufen nicht für Geld. Wenigstens kommt jetzt in Wallenstädt auch keine Flumser mehr auf die Welt. Das ist ein tolles Bock. Unserverteidiger, Unserverteidiger, Wunderterange. Unserverteidiger, Unserverteidiger. Heiland, ja! pipist der Heiland! Allein in Hamann! Kabel! Applaus ... Genau so haben wir fliegen, aus Asien sind eingewandert worden... Genau so haben wir fliegen, aus Asien sind eingewandert worden, verdient auch da umeinander Mingsgau und Kaukei Orde. Saglet Greta Thunberg nach Übersee mit viel Gebrüll, so werfen sie am Nebensee Greta Seller auf ein Schulratspräsidenten Sondermüll. Auf unserem Bauamt musste der Frächi bei Volk gehen und Chef Rotmund schlief man weiterschlafen. Ich gehe nicht allein, dachte Heidi Hanselmann. Ich denke, dass sie sich selbst und unser Spital mitversenkt. Auch die Schulratspräsidentin Pascal Dürr packt ihre Kiste und tut der Schulrat gerade auch mit ausmisten. Fang das Licht! Der Karel Gott hat uns verlassen. Dafür ist der Frägi Broder wieder cool. Das ist der Frägi Broder. Um das Verrecken wollte Christoph Linder an eine private Inglorious Party gehen. Nur die Faust am Eingang hat er nicht gesehen. Die Kinderreiche Familien sollten subventioniert nach Quinten gewohnen. Dann können die Alte eingesessenen weiterhin ihre Begattungsapparäte schonen. Nach bald ist zu viel Methanggas raus, dass der Pizzol-Gletscher ist auf und davon! Ein Haufen coole Anlässe zum Jubiläum hat die Stadtner Reifisenbank organisiert. Und für das sagen wir Kellerschwein ganz offiziell herzlichen Dank. An die Bierhalle knüpft sie dran am alten Muff, drum können wir ihn jetzt alle der Bleige Muff. An die Bierhalle knüpft sie dran am alten Muff. An die Bierhalle knüpft sie dran am alten Muff. An die Bierhalle knüpft sie dran am alten Muff. Ihr Böllnies müsst im Fall nicht immer Trauben sein. Wir legen unsere Eier natürlich auch in die Bölle rein. Eigentlich verrückt, dass ihr schon mühender Humor importieren müsst und uns grauenhaften Kellerschwein für so viel Geld engagieren. Anstatt eine grossen, violette Klotz ins Dorf hineinzustellen. Hätten ihr das Geld gescheiter verteilt, den Schnitzelbänk in der Löhe knellen? Jetzt habt ihr das Verrucano-Bomb mit viel Schweiss. Dabei bräuchte die Tochter Up-Down-Lift ein zweites Gleis. Das Objekt nutzen nämlich wie verrückt Skater, Kaufen und Nudisten, Gabreiter, Sofnie und auch vom Kloster die letzten Christen. Tüten sich Böllnienfangs im Aufsteigen ein klein schwer, dass die Tinnenwege einen Liftverkehr haben. Ein Gratis-Ausflüge in Töchi bringt euch offensichtlich in Schwung. V.a. jetzt, wo die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung. Kulturen erleben in Melz kannst du im Fall auch an der Alpabfahrt. Dort streicheln sich die Zietzer und die Wallenbötzer mit den Fäusten ganz zart. Zwischen durch eine Szene ganz schöne tanzet overdressed der Schlegel Töne. Die letzten Peinlichkeiten lassen wir jetzt sein. Vielleicht laden wir uns ja in zehn Jahren mal wieder ein. Böllnien, trotz fundamentaler Bauneurosen und partieller Verkehrstrombose, finden wir es gleich schön, seien ihr auch uns Kallerschwein Kogolose. Böllnien, trotz fundamentaler Bauneurosen und partieller Verkehrstrombose, die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung, die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung. Böllnien, trotz fundamentaler Bauneurosen und partieller Verkehrstrombose, die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung. Böllnien, trotz fundamentaler Bauneurosen und partieller Verkehrstrombose, die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung. Die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung. Die Kaffee sagt, du brauchst eine kostenpflichtige Bewilligung.